Die Wolken eines Tiefs über den britischen Inseln überqueren den Bereich von der Nordsee bis Niederösterreich. Sie haben stellenweise Regen zufolge. Aus Süden kommt warme Luft. In der Nacht auf Donnerstag sorgen viele Wolken gelegentlich für Regenfälle. Am Vormittag scheint bei zeitweise dichten Wolken zwischendurch häufig die Sonne. Die Höchstwerte pendeln sich bei 19 bis 22 Grad ein. Am Nachmittag wird es etwas wärmer. Dazu ist der Sonnenschein nur gebietsweise durch Wolken getrübt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Westen. Am Freitag kommen gewittrige Regengüsse der Sonne in die Quere. Dabei ist mit Höchsttemperaturen bis zu 32 Grad zu rechnen. Am Samstag liefern zahlreiche Wolken hier und da schauerartige Regenfälle. Am Sonntag gibt es ein ähnliches Bild. Allerdings zeigt sich überall öfter die Sonne. Mit dem Untertitelung des ZDF, 2020